Hallo, ich bin Kai Ziesling, bin hier Marktbeschicker schon in dritter Generation in Mannheim. Auf der Hauptmarkt G1 sind auf der Hauptmarkt G1 dienstags, donnerstags und samstags anzutreffen und freitags Mannheim Gartenstadt und Mannheim Seckenheim sind wir auch noch da. Unser Warenangebot ist hauptsächlich Kartoffel, Zwiebel, Knoblauch. Kartoffel, Zwiebel, alles regional, alles aus unserer Kartoffeln und Ziel Hochdorf-Assenheim. Und ja, immer gern gesehen und auch ein offenes Ohr für Gespräche mit den Kunden. Das ist ja das Wichtigste, die Kommunikation gehört zum Wochenmarkt dazu. Ja, ich sage immer, wir sind nicht bloß hier zum Verkaufen, sondern wir sind auch irgendwo Seelsorger auch noch mit dabei. Genau, du sagst es. Ja, ich sage immer, wir sind nicht bloß hier. Vielen Dank.